Wir haben zusammen gelitten früher. Ja? 40 Jahre. Was? In der DDR. 40 Jahre unserer Kindheit haben wir zusammen gelitten. Sportinternat. Ihr beide wart auf dem Sportinternat? Olaf Schubert, ich und der Baumgärtel-Ingen. Richtig Leistungszentrum. Ach so? Johann-Georgenstadt. Ja? Was hast du gemacht? Skispringen. Du bist Skispringer? Na klar. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es erst auch nicht. Da haben mich meine Eltern angemeldet. Ach so. Ich war sechs Jahre dort. Das haben die alles im Voraus bezahlt. Dann war ich sechs Jahre dort. Die wollten nur das Beste. Für sich.